halli hallo mein lieben homies willkommen zu einem weiteren video der gesagt nach lange nach einen monat mal wieder ein neues video von mir ich habe gesagt einen monat pause ich wollte euch nur sagen falls ihr das mal das stehen dabei dass es mit odyssey auch wenn hat viele andere gemacht haben aber ich habe darauf bei youtube erstmal gar nichts gefunden wenn ihr das auf jeden fall vor euch stehen hat maximale kapazität erreicht dann geht ja einfach hier drauf meine immobilie passt genau auf hier nämlich auf euren winter und das bedeutet einfach dass ihr ein inventar komplett voll habt weil hier steht der ausrüstungskapazität 351 von 350 also schon ein drüber aber ist normal dass wir jetzt ein drüber sind weil wir gerade eine aufgabe gemacht haben und dann bekommt man die belohnung trotzdem ist wie beim pokémon wenn ihr 349 sachen hat bis 350 gehen können gerade aber noch an ein stopp dreht und daraus drei items erhaltet seit dann natürlich bei 352 habe die 200 plus auf jeden fall wisst ihr bescheid weil ich jetzt mein weil wie gesagt ich hatte letztes mal bei youtube eingeben und da kam so eine kacke überhaupt nicht ne schuldigen kacke aber es war kacke das war kacke das war nicht cool ihr wisst auf jeden fall bescheid ihr müsst dann einfach ganz normal hier drauf gehen so ich würde mal sagen wir löschen den hier verstehe die alle eigentlich ich sag mal so ich halt alles fest ab 30 natürlich bekommt er immer mehr ihr steigt der oben im level auf deswegen irgendwann hören wir dann auch mit 30 haben würde ich sagen dass schon mal hat hier alles die legendären sachen könnt ihr nicht löschen sie bleiben und denen kann ich auch nicht löschen warum immer ich kann den einfach nicht löschen ich weiß nicht was soll warum ich löschen können stufe 5 kann ich nicht löschen bleibt einfach der kleine sack der kleine verdammte schlinge bleibt einfach aber ist egal ihr wisst jetzt auf jeden fall bescheid was ich meine ich meine hier ist unser ikarus mit alexius kann ich mich immer noch nicht anfangen allein mit diesem namen naik hinter siri alexia deswegen warum alexius warum alexius aber ist egal dazu kommen noch später ich zog auf jeden fall ein bisschen hier ist es mit odyssey ich komme jetzt so langsam wieder rein wer bock hat günstig wenn ich nicht alles durch selbst überlassen ich grüße euch natürlich alle recht herzlich ich hoffe euch geht es allen gut seid immer gut zur umwelt zu allen lebewesen das ist das wichtigste egal was einer sagt interessiert uns nicht der bock hat günstig wer nicht denn ich meine lieben homies das erste video nach einem monat wieder ich bedanke mich natürlich wie immer fürs zuschauen und sage wir sehen uns jetzt bei der nächsten aufgabe bei den nächsten quest wir gucken einfach mal auf wiedersehen meine lieben homies